Wir kommen zum eigentlichen Gespräch hier in die Märkte um ein paar Handelsideen am Sonnastag, wo die EZB und der Euro hier im Fokus stehen. Weiterhin sprechen wir neben dem Euro-Austral-Dollar über den Euro-Austral-Dollar und den Euro-Hongkong-Dollar-Risikohinweis. Ich gehe jetzt hier einfach mal flott durch. Der ist natürlich zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit den Wiesen-CFDs auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Tagesnachrichten haben wir auch ein paar. Ich gehe jetzt hier einfach wirklich flott durch. Ich will hier das Ganze nicht in Länge ziehen. Also die wichtigsten Fakuen über die Tagesnachrichten. Nummer 1. In Deutschland gibt es den Einfach- und Fünftige-Nachrichten-Konferenz hier um 9.30 Uhr. Das Ganze um 10 Uhr aus der EU. Um 13.45 Uhr bekommen wir dann die Zinssätze. Seit den Tagesnachrichten haben wir auch ein paar. Ich gehe jetzt hier an mit der Pressekonferenz der EZB und dann schwappen wir rüber. Also in die USA gibt es dann den Auftragseingang für langlebige Güter. Erstanschläge auf Arbeitslosenhöfe und dann einige Einkaufsmensche. Das Ganze um 10 Uhr aus der EU und das Ganze um 10 Uhr aus der EU und das verarbeitende Gewerbe den Gesamt- und Fünftige-Nachrichten-Konferenz-Konferenz-Konferenz-Konferenz. Von der Seite her sollte der Ton jetzt nämlich nicht doppelt sein. Hier an dieser Stelle muss das mal gesagt werden. Der darf nämlich nur einfach kommen. Wir machen weiter mit den Charts an dieser Stelle. Und wir blicken zuerst hier in den, glaube ich, für die Währungsseite und uns Europäer heute wichtigsten Chart. Und zwar den Euro-US-Dollar. So, jetzt gucke ich nochmal kurz nach. Passt der Ton? Das haut hin. Jawohl, jetzt passt der Ton. Ich hoffe, auf GoToWebinar geht es auch. Und dann schauen wir hier weiter. Hier im Euro-US-Dollar haben wir zwei Fakten auf der Uhr, die mir persönlich als Händler sehr, sehr wichtig ist. Das ist zum einen der Blick ins aktuelle Bild. Und zum anderen, also ins aktuelle Bild des Tagesscharts und diese aktuelle Aufwärtstrendbewegung, die wir haben. Und das andere ist der Blick ins große Bild. Also hier mal der Blick in die Woche. Das sind nämlich zwei sehr, sehr wichtige Faktoren. Faktor 1, ich fange mal ganz kurz vom großen Bild an. Wir arbeiten uns von oben nach unten durch. Punkt Nummer 1. Wir haben hier natürlich einen sehr, sehr weiterhin stark abwärts laufenden Markt. Das ist das Erste. Das Zweite mit Blick auf die Woche, was wir hier sehen. Ich zoome noch mal ganz kurz ran. Wir haben hier eine Bewegung. Diese Bewegung, die trendet auch nach unten. So. Hier der Abwärtstrend. Hier dieser Bewegungstrend ist gebrochen. Nachdem wir hier über dieses Hoch drüber gelaufen sind. Das lag etwas über der Marke von 1,11,1. Da sind wir deutlich drüber gelaufen. Das sehen wir hier an dieser Stelle auch. Ja, das heißt, was wir hier jetzt machen ist, wir laufen in die Korrektur oder wir sind ja in die Korrektur gelaufen und mittlerweile auch schon ein ganzes Stückchen fortgeschritten. Aber wenn wir uns mal die Woche anschauen, wäre es ja ohne Probleme möglich, dass wir sogar raun, ohne diesen großen Abwärtstrend zu gefährden, bis auf 1,14 hochlaufen und die Korrektur mitnehmen. Das heißt, das wäre mal ein weiterer Fortlauf. Anlaufpunkte sehen wir natürlich auch. Wir haben hier ein paar Widerstandsmarken um die 1,12,3, 1,12,8 und natürlich dann hier oben die 1,14,1. Das ist das, was uns der Chart in der Woche hier gibt. Das große Gesamtbild. Das heißt, die Korrektur, die wir hier jetzt sehen, die hat noch einiges an Potenzial zur Oberseite hin. Aber es ist eine Korrektur und wir wissen es, der Handel von Korrekturen, der kann auch schnell mal wieder rumdrehen und in die andere Richtung laufen. Aus diesem Grund muss man das ganz einfach auch im großen Bild meiner Meinung nach immer so ein bisschen mit im Blick haben. So, das ist mal das große Bild. Das heißt, wir wissen, von oben kommt der Druck und der schiebt den Markt nach unten. Aber korrektives Potenzial ist hier weiterhin vorhanden. Und das ist einfach Fakt und wir haben halt einfach auch die Gefahr da, dass wir hier für diejenigen, die jetzt schon mit der Short gehen wollen, dass die Korrektur sich weiter ausdehnt. Das ist mal das große Bild von oben. Jetzt gehen wir aber in den Tagesschat rein und da ist das, was momentan für mich im kurzfristigen Bereich interessant ist. Nämlich, wir haben hier, ich habe den mal in blau markiert, diesen schön laufenden Aufwärtstrend. Wir sehen auch hier auf Tagesbasis, der Abwärtstrend, den wir hier unten laufen hatten, der ist definitiv rausgenommen worden. Das steht schon mal fest. Das ist auch das, was Sie auf der Woche gerade gesehen haben. Heißt also, an dieser Stelle, dieser Markt läuft nach oben, ist hier auch sehr, sehr dynamisch in das Trendbruchlevel reingelaufen und hat hier dann auch noch ein paar wichtige Marker mitgenommen. Das Hoch, Zwischenhoch hat er geschrieben bei 1,117,93. Und dann setzte die korrektive Phase ein und die Korrektur läuft momentan in einem relativ engen Trendkanal ab. Ich habe das hier mal eingezeichnet. Erinnert ein bisschen an eine bärische, an eine bullische Flacke. Das heißt, wir sind verortet momentan aktuell hier in diesem kleinen in einem Aufwärtstrend. Wir korrigieren in einem engen Trendkanal und wohlgemerkt, das ist die Korrektur. Und wenn wir tatsächlich nachhaltig ausbrechen, haben wir im Kurzfristbereich erst einmal das Tageshoch von vorgestern liegen um die 1,115,69 und natürlich das Hoch hier an dieser Stelle. Und dann, wenn wir übers Hoch drüber laufen, man kann es schon wissen, setzt sich dieser Aufwärtstrend fort und in seiner Bewegung hat er dann als nächstes hier oben die 1,12,300 definitiv mal im Blick. Wichtig dazu ist halt, dass die Aufwärtsdynamik aufrechterhalten bleibt. Das heißt, das Ganze hier ist wirklich aus technischer Sicht zu sehen und hier an dieser Stelle absolut fachlich, sage ich mal, in dem Punkt zu sehen, dass wir den Aufwärtstrend am Laufen haben und durchaus die oberen Schritte mit reingehen können. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir sagen, dass wir definitiv hier den Markt noch nicht zu Ende haben im Überlauf. Das heißt, die Long-Szenarien haben durchaus Berechtigung jetzt hier in diesem Trend, weil hier der blaue Trend läuft nach oben. Wir gucken uns das Ganze eben mal noch im Stundenchart an. Das heißt, an dieser Stelle schauen wir mal hier oben rein. Das ist jetzt der Abwärtstrend, der innerhalb dieses Trendkanals nach unten läuft. Und das sehen wir ja. Wir sehen hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Hier haben wir die Bewegung nach unten hin. Hier schön den Rauslauf. Das heißt, wir schieben uns jetzt zwar so ein Stückchen nach oben, aber der Bruch kommt halt erst hier. Aber, und jetzt der große Fakt, im ganz kurzfristigen Trading, hier sehen wir schon den Aufwärtsschwung. Der ist schon da. Also er läuft so Stück für Stück nach oben. Und wenn sich das nach oben fortsetzt und dieses Level hier oben, die 1, 11, 5, 6, 9 rausbricht, wäre das das Zeichen, dass wir definitiv nach oben rauf wollen. Ich muss mal kurz diese Linie hier ein bisschen an die Stelle ziehen, wo es auch hingehört. Also hier, also wir etablieren uns mittlerweile so ein Stückchen oben drüber rauf. Ja, das ist auf alle Fälle da. Und wir sehen es halt auch hier. Hier ist der Markt durchgelaufen. Hier nochmal ein kleines Zwischenhoch gemacht. Die ersten Indizien für die Oberseite sind halt da. Und wie schon gesagt, wenn sich es fortsetzt, dann wie schon gesagt, Anlaufmarker hier, die 1, 11. Und wenn wir das Level tatsächlich wuppen, dann wird es sehr spannend, was hier oben bei der 1, 11, knapp 8 passiert. Stehen wir da drüber, dann setzt sich der korrektive Trend fort und dann sollten wir uns noch ein Stückchen weiter nach oben mit auf die Lauer legen und das ganze Bild nach oben hin schön mit wegbringen. Also das hier oben hinein in die 12, 3 erstmal als nächster Anlaufpunkt. Nach unten hin natürlich ist auch Potenzial da. Und da kommt es jetzt ein bisschen darauf an, was heute Nachmittag um die EZB passiert. Das heißt, wenn die EZB dafür sorgt, dass wir tatsächlich abprallen und wieder das machen, was in den letzten Malen auch passiert, dass in die Schwäche reingehen, dann haben wir unten ein paar schöne Punkte liegen. Zum ersten Mal in der weiteren Korrekturausdehnung hier, der untere Anlaufbereich hier unten, die Marke hier um diesen Schwungbereich bei 1, 10, 6, beziehungsweise hier haben wir ja auch bei 1, 10, 6, 5, 1 das Ausbruchslevel hier aus diesem Trend. Das wäre mal der nächste Marker. Mit Blick in diesen Bewegungstrend, den wir hier gehabt haben, den wir in der Stunde auch sehen, hätten wir noch ein Korrekturtief bei 1, 10, 2, 2, 5 und dann natürlich das aktuelle Tief des laufenden Trends bei 1, 0, 9, 9, 1, 3. Die Marker, die haben wir nach unten und das wird immer dann interessant, wenn wir tatsächlich die Abreißszenarien kriegen. Das heißt, wir müssen hier wirklich warten, welche Entscheidung der Markt trifft, um dann mit dem Markt homogen zu traden. Aber Chancen haben wir hier auf alle Fälle und der Markt heute verspricht auch einiges an Volatilität. Das kennen wir ja, wenn die EZB entsprechend tagt. Das ist der Blick in Euro-US-Dollar. Dann rutschen wir mal weiter und zwar auf die Währung Euro-Hongkong-Dollar. Hier an dieser Stelle einfach mal wieder auch der Blick in den Tagesschart. Und auch da sehen wir momentan eine flackenförmige Korrektur. Kurz zurück, bevor wir uns um die Flagge kümmern, weshalb als Korrektur das Ganze zu sehen ist. Wir sind hier, schaut, das ist der Abwärtstrend, den wir unten drunter hatten oder vorher hatten. Der ist mit einer schönen dynamischen Aufwärtsbewegung rausgenommen worden. Hier zuerst ein Schub, ein kleiner Zucker zurück und dann der massive dynamische Move nach oben. Der ist hier oben ins Ende reingelaufen um die Marke von 8,76,651. Das war das Hoch dieser Kerze. Und seitdem läuft die Korrektur. Und mit Blick auf die Korrektur gibt es natürlich immer noch die Situation, dass wir schön nach unten laufen. Das heißt korrektive Anlaufpunkte haben wir hier am Tief hier unten. Das ist auch ein Trendtief der Stunde um die Marke von 0,68,015. Das ist der Tiefbereich hier. Dann haben wir hier diesen Schwungbereich, den sehen wir hier drüben. Also das ist jetzt eine Unterstützung. Das war vorher mal ein Widerstand. Die Marke von 0,866,9. Und dann hier das Zählertief bei 0,862,287. So rum. Jetzt haben wir es. Und jetzt gucken wir uns das mal kurz in der Stunde an. Da sehen wir auch relativ gut die Level, die ich eingezeichnet habe. Das sind halt Marker im Stundentrend. Hier ein kleiner Marker bei so einem kurzen Seitwärtslauf und dann hier natürlich immer die Trendtiefs, an denen man sich orientieren kann. Hier das Trendtief beispielsweise, zufälligerweise auch gleich dieses Ausbruchslevel hier drüben. Da sehen wir, dass sowas gerne auch gesucht wird. Das sind die Marker dort. Und hier in der Flagge, jetzt mache ich das Bild mal wieder ein bisschen größer, sehen wir, der Markt schwingt schön nach unten. Ist momentan auch immer noch im Abwärtstrend verortet. Aber dann, wenn dieser Abwärtstrend beendet wird, das ist dann die Zeichen oder das Zeichen dafür, dass wir definitiv nach oben laufen können und hier den Markt durchaus mit wegschieben können und dann uns wieder auf der Oberseite orientieren. Und hier sehen wir momentan auch die interessanten Marker für den Lauf nach oben. Das heißt, wenn es jetzt direkt nach oben gehen sollte, hier natürlich der Anlaufbereich bei 8,75, 0,75 bzw. hier oben das aktuelle Trend hoch bei 8,766, 5,1. Das ist schön in der Stunde entsprechend auch erkennbar. Und der Tag, wie schon gesagt, der zeigt uns, sollten wir tatsächlich hier oben drüber laufen, der Markt hier dynamisch weiter nach oben gehen, haben wir die nächsten Anlauflevel auch schon auf der Uhr. Das ist nämlich hier oben dieser Bereich, wartet mal, ich mache euch das mal ganz kurz noch in den Vordergrund. So, der Metaträter schiebt das aus irgendwelchen Gründen immer mal wieder nach hinten. Heißt an dieser Stelle, wir sind hier oben, schaut, das sind die Anlaufbereiche hier an diesen Trendhochs, die wir hier haben. Hier der Abwärtstrend, das sind die korrektiven Hochs. Das nächste haben wir dann liegen bei 8,82, 1,65 und etwas höher bei 8,83, 3,48. Das ist ein Widerstandsband sozusagen, wir liegen relativ eng aneinander und das ist das, was nach oben durchaus auch aus aktueller Sicht gehen könnte. Wir müssen nur nach oben laufen. Wie schon gesagt, auch hier einfach abwarten, was die Stunde entsprechend macht. Und dann, dass wir abwarten müssen, bevor wir zur dritten Handelsidee für heute kommen, möchte ich nochmal ganz kurz hier in diesem Bild auch zeigen, wenn man sieht, die Korrektur, wie lange geht sie weiter oder nicht. So lange, wie wir hier beispielsweise auch, guckt euch das mal an, hier an dieser Stelle, hier läuft der Trend noch nach unten. Die Korrektur ist also immer noch nicht beendet, aber wenn wir hier drüber laufen, wissen wir, der Korrekturtrend, wenn ich mal kurz in die Stunde umschalte, also das ist jetzt so ein bisschen ein edukativer Part an dieser Stelle, Dollar Yen, da sehen wir es halt von unten her. Wir hatten hier im Kleinen schon mal den ersten Versuch, nach unten zu laufen, das ist aber nicht passiert. Wir sind weiter nach oben gegangen und dann erst hat der Markt rumgedreht und hier im großen Bild haben wir es jetzt immer noch. Diese Schwungphase ist halt immer noch da und der Markt hat sich hier noch nicht entschieden. Der hat jetzt hier sozusagen eine Seitwärtsrange gemacht, aber es ist noch keine Entscheidung gefallen. Dieser Abwärtstrend ist sozusagen immer noch intakt. Und aus diesem Grund ist hier an dieser Stelle mit Blick in den Yen entsprechend auch noch die Korrektur nicht beendet. Aus technischer Sicht, der Markt kann sich hier jederzeit noch überlegen, wieder in Richtung dieses kleinen blau gekennzeichneten Trends mit reinzulaufen. Also das ist so ein kleiner Punkt, warum ich immer darauf schaue, dass die Trends wirklich auch beendet sind, bevor es einen neuen Trend gibt, bevor ich dann in die Long-Richtung hier traden möchte. Und damit gehen wir jetzt wieder zurück auf den Tagesschart in die Handelsideen, nämlich in den Euro-Australischen Dollar. Hier an dieser Stelle verortet ist das Ganze weiter in einem laufenden Aufwärtstrend. Und wir sehen es, hier unten kommt die Umkehrformation. Wir haben es gesehen, die Marke unten hier in diesem laufenden Aufwärtstrend, der hat es ein Hoch bei 1,64, 3,25, ist wieder runtergelaufen in die Korrektur. Auf das Korrektur-Level am Support, am alten Trend-Tief um die Marke von 1,62. Jetzt drehen wir hier rum. Was heißt das in diesem Sinne? Der Stundentrend läuft wieder aufwärts. Heißt also, nächster Anlaufpunkt hier im Sinne der Bewegung zum alten Trend hoch ist hier mal die Marke von 1,63,085 und dann hier die 1,63,992. Das sind Marker im Stundenchart. Gucken wir uns auch gleich an. Wichtig ist, das Ganze muss sich natürlich fortsetzen. Hier unten, der Support hat gehalten. Sollte es zu einem Bruch kommen, hier unten durch, gut, dann haben wir einen kleinen Abwärtstrend. Dann hätten wir hier entsprechend die Setups für die Unterseite gegeben. Momentan spielt der Markt das nicht. Deswegen ist auch die Absicherung der Positionen wichtig hier. Wir wissen halt, wenn wir unter die 1,62 drunter laufen, ist dieser Aufwärtstrend gebrochen. Der ist damit Geschichte. Und wenn wir das vom jetzigen Punkt aus machen würden, hätten wir in der Sache auch einen Abwärtstrend. Und der könnte dann tiefere Level mit in den Bezug nehmen. Das nächste Anlauflevel wäre dann hier das Trend tief bei 1,60,7,4 und im weiteren Fortgange natürlich tiefere Marken. Nur da stehen wir aktuell nicht. Aktuell sehen wir, der Markt möchte hier tatsächlich auch nach oben laufen. Und das ist das Schöne, was wir hier auch im Stundentrend beobachten können. Schaut euch das an. Der Korrekturtrend hier an dieser Stelle, er ist in dem Weg nach unten gewesen. Hier in diesem Bereich hatten wir sozusagen das Trend hoch, also das Korrektur hoch hier in diesem Bereich. Das war da der Widerstand gewesen. Da sind wir jetzt trendig drüber gelaufen. Und wir sehen es jetzt, setzt sich dieser Aufwärtstrend auch weiter fort. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Umkehr der Nachfrage stattgefunden hat und wir wieder auf die Longseite gewechselt haben. Und das bringt uns jetzt natürlich dazu, dass dieser Trend hier das Potenzial hat, deutlich weiter nach oben zu laufen, solange wir entsprechend auch intakt bleiben. Und die Anlauflevel sehen wir hier schön, auch im Stundentrend hier an dieser Stelle. Natürlich hier an diesem Hoch bei 1,63085. Hier das Hoch bei 1,6392. Und dann sind wir schon oben angekommen am aktuellen Trend hoch bei 1,64325. Das hier aus dem Euro-Australdollar. Und in diesem Kontext möchte ich nochmal ganz kurz etwas sagen. Der Dirk hat ja gestern im Live-Trading auch mit Teilgewinnmitnahmen gearbeitet. Und das ist halt etwas, es gibt auch einen Grund, weshalb ich hier immer wieder auch darauf hinweise, dass es Zwischenstationen gibt. Beziehungsweise, dass das Punkte sind, wo man eine Zielplanung machen kann. Das hat einfach den Grund, dass wir nie wissen, wie weit die Märkte laufen. Und ich weiß, viele Trader haben den Anspruch, man möchte im Trade drin bleiben, solange der Trend aktiv ist. Das ist auch absolut richtig, das ist okay. Das macht mir persönlich auch immer am meisten Spaß, weil man da die besten Profite mitnehmen kann. Das hat aber auch einen Nachteil. Also erstens ist es emotional sehr, sehr anstrengend. Und zweitens ist es halt eine Art und Weise vom Trading, wo man halt, sagen wir mal so, immer erst in Rückläufen aus dem Trade rausfliegt. Und das ist halt ein bisschen blöd, wenn wir jetzt hier beispielsweise an dieser Stelle, nehmen wir mal an, wir laufen jetzt bis hier hoch oben rein, laufen hier über dieses Level drüber und drehen um. Und wir haben unseren Stopp noch hier unten liegen, sind aber jetzt irgendwo hier reingegangen in Trendentstehung. Dann war das schon mal dick im Gewinn, ist hier unten dann im Minus ausgestoppt. Das ist einfach eine Sache, die passiert sehr, sehr oft. Die ist auch völlig normal. Das ist auch nichts Schlechtes. Und im Schnitt, sage ich mal, muss der Trader mit solchen Situationen auch immer wieder leben. Das ist das Leben. Aber wenn man hier ein bisschen Optimierung betreiben möchte, dann kann man halt einfach auch sagen, okay, ich gebe dem Chance, den Trade zu lange offen zu halten, dem Markt die Chance, den Trade zu lange offen zu halten, bis der Trend an dieser Stelle bricht. Aber ich nehme zwischendurch schon mal ein paar Gewinne mit vom Tisch, einfach um ein bisschen was zu sichern. Und dann den Rest einfach weiter laufen lassen. Wirklich bis der Trend bricht. Und das ist, sage ich mal, ein gutes Mittelmaß, was man machen kann. Und aus diesem Grund gebe ich hier auch immer wieder die Informationen, wo Zwischenpunkte zum Anlauf sind. Das, wie schon gesagt, hier auf dem Markt jetzt Euro-Austral-Dollar. So, dann schaue ich mal ganz kurz, ob wir noch Fragen haben. So, nö, sehe ich nicht. Ich habe momentan keine Fragen zu Trades, beziehungsweise, nein, der Chatverlauf ist heute zwar sehr lang, aber der ist damit geschuldet, dass man mich nicht gehört hat. Gut, ich hoffe, das hat sich im Nachgang gegeben. Manchmal ist es halt so, an dieser Stelle sage ich mal ganz, ganz lieben Dank für die Zeit heute. Allen gute Trades bitte im Auge behalten, wann die EZB kommt und danach können wir hier Rock'n'Roll machen. Ich danke für die Zeit und sage Tschüss, bis morgen. Morgen 8.30 Uhr im Livestream-Blog gibt es vorher. Tschüss.